Willkommen zu unserem Video über die besten Blaulichtbrillen. In einer Welt voller Bildschirme und digitaler Geräte wird der Schutz unserer Augen immer wichtiger. Blaues Licht von Bildschirmen kann die Augen belasten und den Schlaf stören. Doch welche Blaulichtbrille ist die beste Wahl für Sie? In diesem Video stellen wir Ihnen die Top-Optionen vor, analysieren Ihre Vorzüge und Nachteile und helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Erfahren Sie, wie diese Brillen Ihre Augen schützen und Ihre Lebensqualität verbessern können. Bleiben Sie dran, um die besten Blaulichtbrillen auf dem Markt zu entdecken. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Yama- und Blaulichtfilterbrille für Damen und Herren. Die Yama- und Blaulichtfilterbrille ist eine herausragende Lösung, um die Gesundheit Ihrer Augen zu schützen. Mit täglich durchschnittlich sieben Stunden Bildschirmzeit sind unsere Augen ständig den schädlichen Auswirkungen des Blaulichts ausgesetzt. Diese Brille hilft, trockenen Augen vorzubeugen und Reizungen zu reduzieren. Darüber hinaus minimiert sie das Risiko von Kopfschmerzen, die oft eine unangenehme Begleiterscheinung langer Bildschirmzeiten sind. Das Beste an dieser Brille ist, dass sie nicht nur Blaulicht filtert, sondern auch einen UV-400-Schutz bietet, was sie zu einer großartigen Wahl für Frauen und Männer macht. Sie ist äußerst komfortabel zu tragen, sodass sie stundenlang vor Bildschirmen arbeiten oder spielen können, ohne ihre Augen zu überanstrengen. Die Yama- und Blaulichtfilterbrille wird mit einem hochwertigen Brillen-Edwi geliefert, das ihre Brille vor Kratzern und Schmutz schützt. Dieses dreieckförmige Edwi aus wasserabweisendem PU-Leder ist nicht nur praktisch, sondern auch stillvoll. Das Beste an diesem Produkt ist das Versprechen von Yama Plus. Sie bieten eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie und ermöglichen ihnen, ihr Geld bis zu 100 Tage nach dem Kauf zurückzuerhalten. Das zeigt das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität seiner Produkte. Insgesamt ist die Yama- und Blaulichtfilterbrille eine ausgezeichnete Investition in die Gesundheit ihrer Augen und ihr allgemeines Wohlbefinden. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die HORAS X-Orban Blaulichtfilterbrille. Die HORAS X-Orban Blaulichtfilterbrille ist eine bemerkenswerte Lösung, um ihre Augen vor den schädlichen Auswirkungen des Blaulichts in unserer heutigen digitalen Welt zu schützen. Mit über 1500 Stunden Bildschirmzeit in diesem Jahr ist dieser Schutz von entscheidender Bedeutung. Diese Brille bietet nicht nur Schutz, sondern auch höchsten Komfort. Ihr ultraleichter Polycarbonatrahmen, der nur 20 Gramm wiegt, ist mit einer Soft-Protect-Beschichtung versehen, die ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet. Das Unisex-Design macht sie gleichermaßen für Männer und Frauen geeignet und sie ist besonders ideal für digitale Nomaden und Freiberufler, die viel Zeit vor Bildschirmen verbringen. Das Premium-Paket ist beeindruckend und enthält die Anti-Blaulichtbrille mit Anti-UV400, Behandlung, Anti-Reflexion und Anti-Kratz-Beschichtung. Ein ultraleichtes Neoprenetui und ein hochwertiges Mikrofasertuch mit einer Stoffqualität von 180G sind ebenfalls enthalten. HORAS X ist ein französisches Unternehmen mit einem starken Umweltbewusstsein, das sich dem Schutz des Planeten verpflichtet fühlt. Sie bieten eine lebenslange Garantie und stehen für erstklassigen Kundenservice, was das Vertrauen in Ihre Produkte unterstreicht. Diese Brille bietet einen beeindruckenden Doppelschutz mit einer neuen Technologie, die 100% UV-Strahlenfilterung und 50% schädliche Blaulichtfilterung im Bereich von 380 Nanometer, 450 Nanometer bietet, was unabhängig geprüft und nach CE-NORM zertifiziert wurde. Schützen Sie Ihre Augen vor den schädlichen Auswirkungen des Blaulichts mit der HORAS X-Orban Blaulichtfilterbrille und genießen Sie gleichzeitig höchsten Tragekomfort und Stil. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Klimoptics Blaulichtfilterbrille. Die Klimoptics Blaulichtfilterbrille ist ein beeindruckendes Produkt, das sich um die Gesundheit Ihrer Augen kümmert und Ihre Schlafqualität verbessert. Das menschliche Auge ist nicht darauf ausgelegt, stundenlang auf Bildschirme zu starren, was zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen kann. Diese Brille filtert das schädliche Blaulicht effektiv und hilft Ihnen, schneller einzuschlafen und sich besser auszuruhen. Egal, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder Ihre Freizeit vor dem Bildschirm verbringen, die Klimoptics wird Ihren Alltag verbessern. Sie schützt vor Augenmüdigkeit und Kopfschmerzen, was Ihre Produktivität steigert und Ihnen ein angenehmeres Seherlebnis bietet. Diese Brille ist besonders für Gamer optimiert und sorgt für optimale Leistung bei Videospielen. Ein weiterer herausragender Aspekt ist der erschwingliche Preis. Die Klimoptics bietet hochwertigen Schutz zu einem vernünftigen Preis, was auf dem Markt der Blaulichtfilterbrille nicht immer der Fall ist. Die Qualität der Klimoptics ist beeindruckend. Sie filtert 92% des Blaulichts, was deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt. Die Brillengläser wurden mit deutscher Technologie entworfen und schützen auch vor UV-Strahlen. Das Brillengestell besteht aus TR90, einem robusten und dennoch leichten Material, was den Tragekomfort deutlich erhöht. Mit einem Gewicht von nur 20 Gramm werden Sie die Brille kaum spüren. Die Klimoptics Blaulichtfilterbrille ist zweifellos eine Investition in Ihre Augengesundheit und Ihre Lebensqualität. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Prisma Blaulichtfilterbrillenaufstecker. Die Prisma Blaulichtfilterbrillenaufstecker bieten einen exzellenten Schutz vor den schädlichen Auswirkungen des Blaulichts, insbesondere für Menschen, die längere Zeit vor Bildschirmen verbringen. Mit dem Pro99 Glas bieten Sie einen maximalen Blaulichtschutz von 99,9% im Bereich von 400 bis 500 Nanometer und 80% im blaugrünen Spektrum von 500 bis 550 Nm. Der emberfarbene Blue Light Protect Filter Pro 99, der in Deutschland wissenschaftlich entwickelt wurde, bietet eine beeindruckende Lichttransmission von über 60%. Diese Brillenaufstecker sind ideal für Personen, die unter langer Bildschirmarbeit leiden, sowie für diejenigen, die in den Abend- und Nachtstunden sensibel auf Blaulicht reagieren. Sie schützen die Netzhaut und Blaulichtrezeptoren effektiv, um Schlafmangel und Schlafstörungen vorzubeugen und die negativen Auswirkungen nächtlicher Bildschirmzeit zu minimieren. Der klappbare rahmenlose Blaulichtschutzaufsatz ist aus mehrfach beschichtetem und versiegeltem Polycarbonat gefertigt und verfügt über eine stabile Metallfassung sowie einen haltbaren Federmechanismus, der für nahezu jede Brille geeignet ist. Die mit Silikonpatz versehenen Aufstecker schützen ihre Brillengläser beim An- und Abklippen. Durch das aufklappbare Design ermöglichen sie einen schnellen Wechsel zwischen Normalsicht und Blaulichtschutz und eignen sich somit ideal für Lese-, Fern- oder Gleitsichtbrillen. Im Vergleich zu Monitoreinstellungen oder Softwarelösungen bietet die Prisma Blaulichtfilter Brillenaufstecker eine effektivere Eliminierung von Blauanteilen bei einer wesentlich besseren Farbwiedergabe, was zu einer deutlich höheren Bildschärfe und einem verbesserten Seekomfort führt. Dies macht sie zu einer herausragenden Wahl für diejenigen, die ihre Augen vor den schädlichen Auswirkungen des Blaulichts schützen möchten. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die HORAS X Blaulichtbrille Gaming 2.0. Die HORAS X Blaulichtbrille Gaming 2.0 ist ein beeindruckendes Produkt, das nicht nur ihre Augen schützt, sondern auch ihre Gaming-Leistung verbessert. In einer Welt, in der wir mehr als 1500 Stunden pro Jahr vor Bildschirmen verbringen, ist der Schutz vor den schädlichen Auswirkungen von blauem Licht von entscheidender Bedeutung. Diese Brille schützt ihre Augen dauerhaft vor Problemen wie EMD, Augenermüdung, Schlafstörungen und Migräne, während sie gleichzeitig ihre Gaming-Erfahrung optimiert. Die Brille zeichnet sich durch ihren superleichten Polycarbonat-Rahmen aus, der in der Gaming-Edition 2.0 verstärkt wurde. Das komfortable Nasenpolster und die weichen, dünnen Bügel bieten einen optimierten Tragekomfort, selbst wenn sie einen Gamma-Helm tragen. Das Premium-Paket enthält die Gaming-Brille, die für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet ist. Die Polycarbonat-Gläser bieten eine Anti-UV400-Behandlung, Antireflexion und eine Antikratzbeschichtung. Zusätzlich erhalten sie ein ultraleichtes Neoprenetui, eine stabile Box und ein Mikrofasertuch mit einer beeindruckenden Stoffqualität von 180 G. Horace X steht für Qualität und Kundenzufriedenheit. Mit einer lebenslangen Garantie und einem engagierten Team, das auf Fragen und Anmerkungen in weniger als 24 Stunden antwortet, unterstreichen sie ihre Verpflichtung. Als französisches, umweltbewusstes Unternehmen, das 1% für den Planeten spendet, setzen sie sich auch für Nachhaltigkeit ein. Die Brille bietet maximalen Schutz durch die Filterung von 100% der UV-Strahlen und 100% des blauen Lichts bei 400 Nm. Sie filtert außerdem mehr als 86% der schädlichen Strahlen im Bereich von 380 Nanometer bis 450 Nm. Dies wurde nach CE-Norm von einem unabhängigen Labor geprüft. Die Horace X Blaulichtbrille Gaming 2.0 ist eine erstklassige Wahl, um ihre Augen und ihre Gaming-Erfahrung zu schützen und zu verbessern.